Dieser Typ rief sie ins Badezimmer. Erst hörte er die Schritte. Dann kam das Klingen der Schere. Aber dann, als er wieder in den Spiegel schaute. Dann das Spiegelbild einer in schwarz gekleideten Frau. Sie hat 19 Kinder umgebracht. Am Ende des 19. Jahrhunderts. Ermordet von einem Geist aus dem Spiegel. Nannte man sie Pikdame. Pikdame, bitte zeig dich. Etwas lauter. Pikdame, bitte zeig dich. Pikdame, zeig dich. Und jetzt. Nein, ich muss es versuchen. Worte, die man vor einem Spiegel niemals aussprechen darf. Sie schneidet meine Haare. Papa, geh da nicht rein. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Das war's für heute. Das war's für heute.